Das Besondere, was noch Neckiges in Worte fassen soll. Die Firma beschreiben? Ja, was soll ich denn beschreiben? Ach, das ist so schwer. Ja, also spontan. Man muss sich ja mal belegen. Ich weiß ja gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Nein, mir fällt nichts an. Ich möchte hier abbrechen. Wir sind, ja, warte mal. Wir sind noch mit den Medien scheu, aber wir arbeiten dran und in Zukunft wollen wir mehr hören und sehen von uns. Ich hoffe, dass wir mal vorbeikicken und dass wir uns sehen. Bitte, tschüss! Wir sind, ja, warte mal. Wir sind, ja, warte mal. Bis zum nächsten Mal.